So, und es geht weiter hier beim Bornstock Festival. Jetzt die richtige Musik, um aus Zelt zu krabbeln, sich das nächste Bierchen zu holen und einfach mal zu entspannen. Nikos Holzgitarren-Duo, heute sind es ein paar mehr. Schön, dass ihr hier seid. Hallo Bornstock! Hi! Schön, hier zu sein. Ich hoffe, das Wetter hält sich heute einigermaßen. Vor 40 Jahren hieß das Woodstock, was ihr jetzt hier gerade macht. Und deswegen wollen wir auch gleich anfangen mit dem Song von jemandem, der damals das Woodstock Festival eröffnet hat, Richie Helms. Sag dem einen und dem anderen vielleicht was. Und damit fangen wir jetzt an. Frei sein, frei sein, frei sein, frei sein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Meine E-Mails, die durchflucht man nach verdächtigen Worten. Ich kann mich nicht verlaufen, denn mein Handy, das kann man orten. Im Kampf gegen Terror und Softwarepiraten. Oh, oh, ja, Freizeit, Freizeit. Ich kann mich nicht verlaufen, aber ich kann mich nicht verlaufen. Oh, 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 oh. Per pickback, weiß man, weiß man, weiß man, was du kauf? Per pickback, weiß man, auf, womit ich mich besaub. Vernetzt und verkabelt wird das Leben so leicht. Oh, 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 yeah, frei sein, frei sein Oh, 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 oh Bye-bye. Auf jeden Fall, so geht's eigentlich. Und zwar schon ziemlich flache. Vor frei sein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020